Bisher gab es in der Plastischen Chirurgie einige Themen, die wir nicht wirklich ideal behandeln konnten. Wenn also zum Beispiel am Bauch der Hautüberschuss einfach nicht ausreichend stark ist, um eine Bauchdeckenstraffung zu machen, fehlt uns bisher Alternativverfahren. Und die stehen uns jetzt zur Verfügung mit einem System, was auf Basis eines Plasmastrahls unter der Haut in der Lage ist, die Kollagenfasern zum Schrumpfen zu bringen. Und damit auch wirklich Hautstraffungseffekte zu erzielen, die vergleichbar sind mit Straffungsoperationen, ohne dass wir hier aber Narben hinterlassen. Und das führende System in diesem Bereich heißt Renuvion. Und die Klinik am Rhein verfügt über dieses Gerät und führt diese Anwendungen auch durch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das einen Durchbruch darstellt und einfach das Behandlungsspektrum nochmal wesentlich erweitert, auch für die Patienten, die bisher von einer Straffungsoperation zurückgeschreckt haben.